Bei uns haben sie jetzt das Wählen im Sportunterricht abgeschafft, weil das die Kinder irgendwie, wenn ein Kind zuletzt gewählt wird, dann wäre das traumatisierend. Ja, das traumatisiert, ja. Und zwar zu Recht. Wer Scheiße spielt, wird nicht gewählt. Das ist ein ganz wichtiges Lernziel der Schule, dass man das begreift. Und bei uns an der Schule, ja, da klatschen die Sportlichen, das sind nicht mehr viele. Wir haben eine Grundschule bei uns in der Ecke, da haben sie den Wettlauf abgeschafft und da bin ich wirklich, ich bin wirklich nicht oft in die Schule gerannt und wegen meiner Tochter und so weiter, aber da bin ich hin und habe gefragt, warum gibt es keinen Wettlauf mehr, es macht den Kindern Spaß. Und da hat die wörtlich zu mir gesagt, weil die einen Kinder schneller sind als die anderen.